Willkommen zurück zu Stardew Valley. Brief, Post, Post, Brief. Habe ein paar Qualitätssteine gefunden. Vielleicht kannst du damit was bauen oder so. Also George, schickt uns 35 Steine, ist ja witzig, gerade wo wir gerne Steine haben wollen. Haben wir noch zwei Omnigionen? Ich habe den nicht, obwohl da meine zu tun. Ne, das sieht nicht so aus. Ja, ich brauche nicht. Also Timo, hast du auch Verwendung für Ahornsirup? Nein. Na gut, davon habe ich jetzt gerade 12 geerntet. Sehr gut. Könnten wir noch mehr... Ach ne, für die Bienenhäuser brauchen wir auch Holz. Ich habe gerade ein bisschen Holz. Für den Stall sollte es reichen. Soll ich den danach holen? Wo kriege ich denn Omnigionen her? Wo ist denn die Mine? Äh, ganz unten sind die öfter, äh, aus Steinen anzutreffen. Boah, da hänge ich mal lieber an Konrad, der hat gerade die Spitzhacken. Wenn ich in dem Mine gehe, mache ich ein bisschen Kupfer. Ich glaube, ich habe jetzt genügend Störe. So, was habe ich jetzt... 129 Holz habe ich jetzt geholt. Sven, du hast einen neuen Quest in dem Einfischteich. Ja, ich habe auch keine Omnigionen. Ach, du hast keine Omnigionen. Weißt du, auf welcher Ebene die es gibt? Ne, überall. So, und aus welchen Steinen wir noch? Aus allen möglichen. Äh, ich glaube, diese bestimmten Steine, die... Da kommen glaube ich nur Steine raus. Die hast du bestimmt schon gefunden. Und dann gibt es die anderen Steine. Ja, weiß ich nicht. Okay. Wer hat bloß nicht zu spezifisch, Timo. Ja, das ist halt... Ich bin da nicht so fit. Für den Stein. Das ist okay. Ach genau, da ging das nicht. Ach genau, da ging das nicht. Was machen diese Lost Books eigentlich? Du kannst da drin lesen in der Bücherei. Da sind dann irgendwelche Tipps? Giltipps. Achso, okay. Wow. Oooohohohohohohoho. Also, stimmt. Ich muss einen Stall holen. Irgendwer hat gesagt, ich muss einen Stall holen. Mach mal deine Arbeit jetzt, Alex. Kann ja wohl nicht angehen, dass du hier schon wieder nur auf deinem Baumfarmteil rumlamillst. Ich brauche mich nicht noch am Bauen. Baut die gerade? Ja, mein Teich, ne? Ernsthaft? Vielleicht verkauft Demetrius mir ja was. Hier ist tatsächlich niemand. Na gut. Entschuldige, Maru, du bist natürlich nicht niemand, aber auch nicht genug jemand. Linus, Bro, was geht ab? Ich würde dir ja was schenken, aber du nimmst nur zwei Geschenke die Woche an. Na gut, dann machen wir das eben so. Okay. Ist die Spitzhacke schon fertig eigentlich? Nee. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Zapfhähne ich denn machen muss. Nicht, dass ich jetzt zu viele mache, dann sind die Leute sauer auf mich, dass ich dafür Holz wastee. So, und so, und so, und so, und so, und so. Der hier da hin, okay, 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 okay. So, jetzt sieht das hier doch ganz gut bezapfernd aus. alles. Halt! Timo, wie läuft es? Wie läuft es auf deinem Umpflanzung für Herbstzeug? Ich glaube, ich bin hier fertig. Nice. Was hast du denn jetzt geändert? Warum musst du den Weg abbauen und so weiter? Ich wollte gerne, dass wir ein bisschen mehr Fläche haben. Und es ist ja doch wohl so, dass wir relativ viel Geld und Erfahrung haben wollen. Naja. Und so oft kommen die Leute hier auch nicht vorbei und dann ist es hier keinen schönen Weg gut. Okay. Benutzt jemand von euch Set? Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt. Harz. Harz. Ähm. Wofür benutzt man das denn? Für Fackeln. Habe ich das, glaube ich, zuletzt benutzt. Mh. 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 Fische haben kann. Nein, also dann würden wir halt insgesamt irgendwie ein Prozent mehr Gold rauskriegen. Das lohnt sich bestimmt. Ich glaube, wenn wir die Fische über haben, geht das gut, aber ich habe jetzt zu spät Bescheid gesagt und deswegen wird das nix mehr, denke ich. Aber wir können auf jeden Fall den normalen Dünger machen, den Anfängerdünger. Jephi hat das ja letztes Mal gut vorgemacht und ich glaube, wir haben auch richtig gute Qualität dann rauskriegt. Ist ja jetzt noch 500 Fische fangen. Ja, also wenn du es schaffst, ist das super, sonst lass es einfach. Kann ich im Herbst 500 Fische fangen? Ja, es macht nicht so einen großen Unterschied, glaube ich. Aber dann kriegen wir kein Geld, wenn ich die alle behalte. Ich weiß nicht, ob wir mehr Geld kriegen, wenn wir die 500 Fische aufen oder ob wir, oder wenn wir sie in den Dünger stecken. Aber ich tue einfach alles in die Truhe und dann könnt ihr gucken, was wir machen. Vielleicht brauchen wir da eine zweite Fischtruhe. Na gut. Jephi, ich würde dann mal 500 Dünger machen. Passt dir das? Ja mal. Ah ja, genau. Hey, Moment mal. Manu, welches Haus ist denn dein Haus ungefähr? Das links neben deinem. Links neben deinem. Aha. Mach ich auch großes Ei in die Mario-Maschine? Ja. Oder Sternei? Aber großes Ei, hast du uns darauf geachtet, dass wir die fürs Community Center schon zur Seite gelegt haben? Ja, ja. Goldstern-Mayo. Goldstern-Mayo. Wahnsinn. Das wollen wir, ist doch klar. Deswegen habe ich die kleinen Eier immer zum Kochen benutzt und die großen Eier. Zum Kochen. Ich verschenke die so gerne und die Leute kochen damit. Sag mal, habt ihr eigentlich eure Hacken dabei? Ich habe eine mit. Ja. Ich habe meine auch dabei. Ach so, ja, ja. Haken habe ich. Weil die nämlich nicht in der Truhe sind. Interessant. Ja, okay. Alle haben die Haken. Ja, wir müssen doch die Würmer immer ausbuddeln. Genau. Ich war das heute das erste Mal in der Miene. Also, auf irgendeiner Etage, wo ich nicht mit dem Fahrstuhl hin konnte. Was? Wir können doch auf jede, also auf jede fünfte Etage mit dem Fahrstuhl oder nicht? Ja, ich war heute das erste Mal auf irgendwelchen dazwischen. Ach so. So. Verstehe. So. The day's work is done. Das ist schön hier. Ich kann über die Farben laufen und es ist überall dunkel, außer bei den Bäumen. Da ist alles voll mit Fackeln. Dann merkt man gleich, dass es Tag ist oder Nacht ist. Das stimmt, das sieht echt so aus, ne? Also, dafür habe ich Harz benutzt. Ähm, und Holz. Aber, naja. Da hat noch keiner geschrien, dass ich kein Holz benutzen darf. So. Wir kriegen doch auch immer Fackeln aus Müll. Ja, die habe ich auch schon benutzt. Ja, der hat's ja provoziert. Die werden nämlich dann, die gehen dann dabei kaputt und dann wachsen da keine Bäume mehr. Oh, nice. Ich hoffe, wir brauchen die Faser niemals für irgendwas anderes. Doch, für den guten Köder. Oh nein. Du hast doch schon die Lava-Ai gefangen. Ja, aber wenn man die guten Köder benutzt, hat man die Chance, zwei Fische gleichzeitig zu fangen. Echt? Ja. Allerdings muss ich Alex da bei Linus noch ein bisschen einschmeicheln. Ah, so ist das. Ich schenke Linus nie wieder was. Nein, Quatsch. Ich arbeite dran. Ich glaube, morgen kann ich ihm wieder was schenken. Denn die Woche fängt ja irgendwie Sonntag an oder so ähnlich war das. Müsst du mal gucken. Oh. Was wurde denn da verkauft? Neptunid. Unglaublich. Mining Level 1 hast du. Manu hat Kampfstufe Nummer 5. Unglaublich. Willst du gerade wissen, welchen Skill du brauchst? Das können wir gleich mal nachgucken. Ich bin in der kurzen Folge. Leute, morgen den Stall, richtig? Den Stall. Ihnen dank fürs Zusehen. Bis dahin. Ciao. 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 Boisiataصen. Absolut. uao.